Danke fürs Verklicken und willkommen zurück. Wie ich im letzten Kleinanzeigenvideo ja schon gesagt hatte, will ich diese Woche mal so ein bisschen aufarbeiten, was liegen geblieben ist, um auf den aktuellen Stern zu kommen. Deshalb sehen wir heute die Ergebnisse von drei Flohmärkten. Das ist allerdings jetzt auch nicht die Riesenmenge, die jetzt hier eine Stunde in Anspruch nimmt, sondern es waren immer kleine Sachen, die hatte ich dann bei anderen Videos erstmal rausgelassen. Ja, ohne großartiges Blabla kommen wir jetzt zum ersten Markt. Das war ein Kinderflohmarkt. Fand ich sehr interessant, sowas mal zu sehen. Weg von dem üblichen Brüll, den einen sowieso nicht interessiert, zu den wesentlichen Dingen. Allerdings war ich ungefähr eine halbe Stunde später als geplant da. Das heißt, es war schon alles im vollen Gange. Es liefen die üblichen verdächtigen Reseller da herum. Deshalb gab es da jetzt nicht so viel. Mit satten 25% Nachlass kaufte ich dieses Stück hier, DC Comics Graphic Novel Collection von Eagle Moss. Original verschweißt. Gab es statt für 3,99 für 3 Euro. Aber habe ich mir mitgenommen. Die haben eigentlich immer eine gute Auswahl. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung inzwischen aussieht, aber zumindest von der Story-Auswahl haben die immer gute Sachen. Dann kam der Stand, da saß ein kleines Mädchen dran. Ich wollte eigentlich nicht mit einem Kind verhandeln. Zum Glück konnte sie mir den Preis auch nicht sagen, für das Teil, was ich da gefunden hatte, und rief dann ihren Vater. Das war mir dann ganz recht. Und zwar hatten die eine Kiste mit Brettspielen, aber in der Hauptsache Kartenspiele. Und beim Einräumen dieses Artikels hatten sie sich wohl ein bisschen vom Bild verleiten lassen. Sodass ich dann zwischen den Kartenspielen dieses Game Gear Spiel finden konnte. Solitär Poker. Nichts Wildes, aber komplett in der Originalverpackung. Ich habe kein Game Gear, hatte auch nie einen. Aber ich fand es ganz interessant, so etwas mal zu finden und habe es für 2 Euro mitgenommen. Zwischen einem Lieferwagen und dem Stand selber eingekeilt fand ich dann mit Mühe und Note diese PC-Bigbox. Winkumanda 4 The Price of Freedom. Winkumanda war ja damals in den 90ern zum Titel, wo man nicht dran vorbeikam. Damals gerade auf dem Amiga Winkumanda 2. Sehr schönes Spiel. Ja, da nimmt man sowas natürlich gerne mit. Hier sieht man nochmal auf der Rückseite die ganzen Videosequenzen, die da plötzlich in diesem Spiel möglich waren. Das war ja eine Sensation damals. Ja, das Spiel gab es für 2 Euro. Eine weitere Bigbox gab es an dem Gemeinschaftsstand zweier Damen. Und zwar haben wir hier Command & Conquer Teil 3. Sollte 1 Euro kosten, habe ich mitgenommen. Sie hatte noch weitere Spiele da gehabt. Ich glaube, 2 oder 3 Stück waren das. waren aber in einem sehr schlechten Zustand. Die Verpackungen habe ich dann liegen lassen. Ja, aber ihre Kollegin hatte auch was für mich. Ungefähr 1 Meter weiter lag dann dieser doch schon leicht verranzte Playstation 2 Karton da. Neben einem Stapel Spiele. Ich wollte eigentlich nur noch den Spielen fragen. Da sagte sie mir, ja, also ich würde die Konsole mit 3 Spielen verkaufen, würde ich für 20 geben. Ich erlegt, ja, gut, wäre dann die Konsole für 14. Plus dann 3 Spiele für meine obligatorischen 2 Euro. Ich habe mich dann für diese 3 Titel entschieden und Spongebob und Fußball liegen lassen. Da haben wir einmal Defender for All Mankind. Das ist so ein Flugzeugballerspiel. Detailenden Job zum Kinofilm. Und Naruto Ultimate Ninja 4. Naruto hatte ich auch schon länger auf dem Schirm. Ich kenne die Serie zwar nicht und es ist eigentlich nicht so meine Richtung. Aber interessiert war ich trotzdem. Die herrlich leise schnurrende Playstation 2 Slim mit allen Kabeln und 8 MB Memory Card sowie die 3 Spiele gab es dann wie gesagt für 20 Euro. Karton habe ich jetzt nur noch mal fürs Video aufbewahrt. Wird aber gleich entsorgt. Mangels privater Angebote war es das dann auch schon soweit. Ich bin dann auch ein paar Mal rauf und runter gelaufen über den Flohmarkt. Aber da war dann von privater Hand nichts mehr zu sehen. Dafür baute gerade ein Videospielhändler seinen Stand auf. Das ist ein sehr freundlicher Kerl. Ich habe da öfter mal geguckt aber noch nie was gekauft. Preise sind okay für den Händler. Aber bisher halt nie irgendwas mitgenommen. Aber er war mal sehr freundlich und er lockte diesmal mit ganz auffälligen Preisstickern rote Sonderangebotsaufkleber. Da habe ich gedacht da schaust du mal näher hin. Für 3 Euro gab es Sega Soccer Slam für die Playstation 2. Ein Titel, den ich schon seit alten Xbox Zeiten so im Hinterkopf hatte. Für die Xbox Classic nahm ich mir Outlaw Golf 2 für 2 Euro Silent Hill 2 für 5 Euro Dead or Live 3 für 3 Euro und Fable für 4 Euro mit. Wie alle Spiele bei ihm komplett. Er hatte dann noch eine Tüte mit PSP-Spielen. Hatte ich erst überlegt noch reinzugucken. Aber er hatte auch keinen Bock die aufzustellen. Weil er hatte so viel schon da liegen. Und ich war da bestimmt eine halbe Stunde an diesem Stand. Alles am durchgucken. Habe ich dann sein lassen. Sah dann aber kurz bevor ich bezahlen wollte dann noch eine Kiste auf den Boden spielen mit Playstation 1 Titeln. Waren auch runtergesetzt. Zwar einige Sachen immer noch ein bisschen kräftiger. Also er ist halt ein Händler. Er wusste was er da hat. Aber ich habe mir trotzdem noch eins rausgepickt. Tunguska für die PS1 zwar mit angeknackster Hülle aber für 3 Euro vom Händler. Auf dem dritten Markt war ich genau passend zur Aufbauzeit. Das war ein Markt da gab es sehr viel zu sehen aber wenig zu kaufen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Trotzdem habe ich ein paar Sachen mitnehmen können. Von einem stand diese beiden Playstation 1 Titel Pop'n'Pop So ein farbliches Balance sortieren Spielchen. Mag ich sehr gerne. Habe ich früher gerne gespielt. Und ein Flipper Spiel Pro Pinball Big Race USA. Finde ich vom Zustand her sehr schön erhalten. Verkäufer wollte ein 10er pro Stück. Ich habe bezahlt ein 5er pro Stück. Ja, das war dann aber auch so die Grenze. Das war die Schmerzgrenze. An einem anderen Stand gab es dann Sly 2 Band of Thieves aus der Sly Raccoon Serie. Hier dann halt der zweiten. Sollte 4 Euro kosten. Habe dem auch direkt die 4 Euro gegeben weil es das meiner Meinung nach absolut wert ist. Mir zumindest. Ich muss da jetzt nicht um jede 50 Cent rumschachern. Er guckte ein bisschen überrascht dass ich überhaupt nicht handeln wollte. Es war wie gesagt für mich okay. Hier nochmal die Ausbeute gesamt damit ihr nicht nur auf die Tischplatte gucken müsst. Ja, den Rest liegt im Flohmarkt über. Ich bin bestimmt 5 mal rauf und runter gelaufen. Das waren Sachen zu sehen. Da war zum Beispiel die Dame die gerade Wii Spiele auspackte. Einen Karton voll. Ich wollte da mal nach einzelnen Titeln gucken. Sie wollte allerdings nur gesamt verkaufen. Das waren glaube ich 10 Spiele. Da waren 2 Mario Titel bei. Ein Twilight Princess. Plus Konsole, plus Controller. Wollte 150 Euro haben. Dann gab es ein Piratenmodul Mario 64 mit deutlich ausgedrucktem Label drauf. Habe ich gar nicht nachgefragt. So ein Quatsch. Dann gab es einen klassischen Gameboy. Der lag sehr auffällig mitten auf einem Meer aus Schuhen. Habe ich aber nicht nachgefragt. Zum einen weil es da halt sehr auffällig lag. Der wäre weg gewesen für einen guten Preis. Und zum anderen muss ich mir nicht alles doppelt und dreifach kaufen. Ich bin da jetzt auch nicht so aufs Resellen aus. Rund 20 Jahre habe ich 2 Dachböden quasi freigemacht. Plus dann halt Sachen, die man mal gekauft hat. Und später dann doch keine Lust mehr hatte. Es macht halt nicht mal den Spaß, den es früher gemacht hat. Dass man da persönlichen Kontakt mit den Leuten hat. Und auch das Gefühl hat, dass beide Seiten vernünftigen Handel machen. Es ist sehr frech teilweise. Man rennt seinem Geld hinterher. Es gibt hier Schwierigkeiten. Da wird versucht zu erpressen mit Bewertungen und sowas. Und deshalb bin ich mir da eigentlich nichts ans Bein, um es später verkaufen zu müssen. Ja, dann gab es noch einen Antiquitätenhändler. Und der hatte zu der 80er-Toyline Mask ein Quartettkartenspiel. Und Mask findet man ja wirklich sehr selten. Das ist ja auch sehr teuer geworden. Er war so ein bisschen muffig, kann man sagen. Und sagte, 15 Euro. Auch wenn Mask teuer ist, fand ich das jetzt nicht gerechtfertigt, ohne den Preis zu kennen. Ich fragte dann, ist er denn wenigstens komplett? Ja, weiß ich nicht. Sorry, Mann, wenn du nicht in der Lage bist, ein Quartettkartenspiel auf Komplettheit prüfen zu können. Dann tut es mir leid. Der war mir auch, wie gesagt, zu muffig. Ich bin dann weitergegangen. Ja, und dann gab es noch einen Stand. Der sah sehr interessant aus. Der Mann, der hatte zum Beispiel noch einen alten Millennium-Falken da liegen. Der hatte Comics dabei. Der hatte Kassetten dabei. Und auch Videospiele, jede Menge. Hab mir dann eine Hörspielkassette gegriffen, die ich da liegen sah. Das war von Masters of the Universe. Die Folge 22, Spider-die-Monster-Spinne. Da wollte er 5 Euro für haben, weil das ja alt und langsam selten ist. Und naja, ich hab's dann wieder hingelegt. Dann hab ich ein bisschen so in seinen Kisten geguckt, mit den Videospielen. Da hat der Xbox, Xbox 360. Die Xbox hätte mich ja sehr gefreut. Hab mir dann noch eine zweite Kiste gereicht. Ich sag, was wollt ihr denn haben? Pro Spiel ja unterschiedlich. Ich sag, oh nee. Und ja, hab ihm nur noch so ein bisschen geholfen. Da flogen noch Module drin rum. Überhaupt, die ganzen Spiele flogen lose in diesen Kisten rum. War auch nicht mehr ein schöner Zustand. Aber irgendwie wollte bei dem Mann so der Funke nicht überspringen. Also von meiner Seite her. Ich weiß nicht, dass jetzt da keine Sympathie mit dem Spiel war. Oder ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, der freut sich über so einen Dummen, der da gerade an den Stand kommt. Also so kam der mir rüber. Er war jetzt nicht unfreundlich, aber er war halt irgendwie komisch. Da wollte ich dann auch kein Geschäft mitmachen. Hat mir das dann nochmal so durchgeguckt, die Spiele. Aber bin dann auch gegangen. Ja, wir sind jetzt auf dem aktuellen Stand, was Flohmärkte angeht, was Kleinanzeigen angeht. Es sind auch Sachen unterwegs. Es werden natürlich noch Flohmärkte kommen, wobei die Saison jetzt natürlich langsam sich dem Ende neigt. Das Wetter macht nicht mehr mit. Aber ich denke, wir werden noch Sachen zum Anschauen finden. Vielen Dank für euer Interesse und bis demnächst.